Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, euer Marvin und ja, ich bin mal wieder auf dem Weg zur Nachhilfe. Ich wollte einfach nur wieder mal ein kleines Update geben, wie es mir so geht und ja, mir geht's auf jeden Fall gut. Wie gesagt, ich bin schon wieder auf dem Weg zur Nachhilfe und ja, was gibt's sonst Neues? Ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe jetzt letzte Woche kein so ein Video gemacht, ich hatte einfach null Zeit. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt wieder aktiver kommen und ja, ich würde sagen, da bin ich auch schon wieder raus. Na ja, Marvin, bis zum nächsten Video. Ciao.